Herzlich willkommen zur Schanzer Pressekonferenz nach dem Heimspiel. Das Ergebnis wie gesehen 3 zu 2 für die Schanzer. Und wie gewohnt gehört das erste Wort dem Gästetrainer, Herr Dotschew, bitte ihr Fazit zum Spiel. Herzliches Glück auf. Also erstmal Glückwunsch an Ingolstadt und an Rüdiger. Ja, was soll ich jetzt sagen. Es ist schwierig nach so einem intensiven Spiel jetzt das Spiel Revue passieren zu lassen und analysieren und sagen, taktisch war es so und so. Wir haben uns schon einiges vorgenommen. Wir waren auf das Spiel gut vorbereitet, denke ich. Wir haben uns einen gewissen Matchplan ausgedacht und dann nach 6 Minuten durch die rote Karte natürlich ist alles durcheinander geworfen. Wir sind alles ins Wasser gefahren und das hat uns das Leben nicht leicht gemacht. Das war mir schon klar, dass wir mit dem Mann weniger so viel Zeit noch zu spielen, dass es sehr, sehr viel Kraft kosten würde. Dass wir sehr viel gegen Ball arbeiten müssen und dass wir wirklich guten Tag gewischen müssen. Und wenn wir was heute mitnehmen können oder wollen und dann sind ganz schnell zwei Tore gefahren. Ein Standardstreff, wo ich sage, die Zuordnung hat nicht gepasst, aber da fällt uns ein Kopfballspieler, weil Prinz Ofuso ist unser Kopfballstärkster Spieler, mehr oder weniger. Der hat uns gefällt bei diesen Standards und das erste Tor hat Ingustadt sehr gut ausgespielt. Wir waren vor der Kette, haben wenig Stabilität, wenig Absicherung, weil die zwei Sechser haben gefällt. Und dann haben sie super herausgespielt, dann 1-0, dann der Standardstreff von 2-0. Natürlich, man geht in der Halbzeit und denkt jetzt, wo fangen wir jetzt an. So viele Sachen kann man verändern oder muss man verändern. Trotzdem, man muss schon eine gewisse Linie beibehalten. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir auf jeden Fall kompakt bleiben müssen und Nagelstiche setzen und auf unsere Chance warten. Es war mir klar, dass wir mit einem Tor, dass wir Gegner ein bisschen unter Druck setzen können und auch verunsichern. Und das war ein ganz schmaler Grad, weil wenn du ein Tor machst, so wie es passiert ist, dann hast du noch Hoffnung. Aber du kannst auch natürlich beim 3-0, dann wäre alles vorbei gewesen, dann hätte keiner mehr an irgendwas geglaubt. Deswegen, das Spiel, das 2-0, das so lange gedauert hat, war in unserem Sinne, ist alles gut gewesen für uns in dem Sinne, dass wir es noch so lange geschafft haben, kein Gegentor zu bekommen. Dann kurz vor Schluss das 2-1, dann wieder Hoffnung, Gegner verunsichert, dann machst du 2-2. Und so wie das dieses Jahr oft der Fall ist, das ist jetzt, glaube ich, was ich ganz schnell so in Erinnerung abgerufen habe, das ist jetzt schon das fünfte Spiel, wo wir eine Nachspielzeit verlieren oder Punkte verlieren. Und da habe ich gerade gesagt, man redet und man sagt immer, da gibt es Fußballgurt und im Fußball gleicht sich alles aus, aber irgendwie so der Fußballgurt ist gerade nicht in der Nähe von Aue, habe ich das Gefühl. Und von daher, sehr bittere Niederlage für uns, sehr bittere Niederlage. Punkt hätte uns wahrscheinlich nicht viel gebracht, aber trotzdem für die Moral wäre gut gewesen. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Aber ich denke, es gibt einen sehr wichtigen Punkt oder Aspekt oder eine wichtige Sache für mich, was wir von diesem Spiel mitnehmen können, ist auch diese geschlossenen Auftreten, dieser leidenschaftliche Kampf. Und man sieht schon, dass wenn wir als Mannschaft das machen, dass wir in der Lage sind, auch Punkte zu holen und vielleicht schaffen wir in den letzten Spielen noch ein paar Punkte zu holen. Mal schauen, für was das gut ist. Aber erst mal, wie gesagt, die Enttäuschung ist schon sehr, sehr tief. Und nichtsdestotrotz geht es weiter. Und wir sind verpflichtet, die Liga und die Fans gegenüber bis zum Schluss zu kämpfen. Und das werden wir machen. Auf jeden Fall, da geben wir nicht auf. Danke schön und an Ingo Stad wünsche ich alles Gute natürlich. Und Rüdiger, dieses Mal warst du freundlich zu mir, sonst bist du immer der, der immer mit mir schimpft. Heute warst du ein bisschen netter zu mir. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dotschef. Damit auch schon das Wort an dich, Rüdiger. Dein Fazit zum Spiel, bitte. Ja, erst mal danke, Pavel. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals böse zu dir war. Nur, dass wir 90 Minuten natürlich draußen versuchen, alles für unsere Mannschaft zu tun. Das ist, glaube ich, auch klar. Auch klar, aber danach haben wir uns immer gut verstanden. Nein, ich glaube, die Erleichterung bei uns ist riesig. Und ich habe der Mannschaft vor dem Spiel und auch letzte Woche schon gesagt, mir ist es im Endeffekt scheißegal, wie wir jetzt mal langsam spielen. Sondern wir müssen einfach versuchen, ein Spiel zu gewinnen. Und ich sage ihr lieber mal nach dem Spiel, man hat vieles falsch gemacht und trotzdem haben wir drei Punkte. Ich glaube trotzdem, dass wir über 90 Minuten eigentlich im Endeffekt als verdienter Sieger vom Platz gehen. Wir waren in Überzahl. Das Spiel ist uns in die Kappen gelaufen. Wir hatten alles im Griff. Wir haben die Tore gemacht. Wir haben 2-0 geführt. Wir haben die Chance, im Endeffekt das 3-0 zu machen. Und ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie wichtig der Kopf ist. Und der Kopf war heute eigentlich gut da. Wir waren drin. Auch nach der Überzahlsituation mussten wir uns natürlich auch erst mal finden. Aber wir haben eigentlich alles gehabt. Und dann kommt aber das 2-1. Und in dem Moment wird der Kopf kurz mal verunsichert. Aber auch dann haben wir uns eigentlich gefangen. Haben wieder alles im Griff gehabt. Hatten zwei Aluminiumtreffer. Haben mehrere Situationen, wo wir auf die Kette zulaufen. Auch wenn wir vielleicht ein bisschen im Passspiel nicht ganz sauber waren. Trotzdem müssen wir einfach das dritte Tor machen. Und das ist das alles Entscheidende. Und das haben wir nicht gemacht. Und dann gibt es eben immer eine Chance für den Gegner, nochmal zurückzuschlagen mit einem langen Ball, der in den 16er reinfliegt, den wir nicht gut klären. Und auf einmal stehst du da und denkst, das kann nicht wahr sein. Du bist in Überzahl. Du hast die Chancen zum dritten Tor. Machst sie nicht. Und es steht 2-2. Und dann haben wir uns natürlich alle angeguckt. Und waren natürlich frustriert. Waren sauer. Und trotzdem, muss ich sagen, hat die Mannschaft nochmal versucht. Und dann freut es mich natürlich, wenn Andreas Paulsen, der sicherlich in diesem Jahr nicht ganz das glücklichste Jahr seiner Karriere hat. Aber man hat dann gesehen, dass es in der Mannschaft passt. Dass es in der Mannschaft stimmt. Dass auch Andi ein ganz, ganz wichtiger Teil von uns ist. Und heute hat er uns ein ganz klares Zeichen gesetzt, dass er noch da ist. Dass er noch spielen will. Dass er noch Gas geben will. Und hat uns im Endeffekt den Siegtreffer gebracht. Und summa summarum wischen wir uns heute den Mund ab. Und sind einfach mal glücklich, dass wir drei Punkte geholt haben. Wissen aber auch, dass wir es uns schwerer gemacht haben, als wir es hätten machen müssen. Danke.